Schrecklich ist das, was entsetzlich ist, furchtbar ist, grauenvoll ist. Das, was Schrecken und Entsetzen auslöst, ist schrecklich. Es gibt eine schreckliche Nachricht, eine schreckliche Geschichte, schreckliche Vorahnung. Und manchmal bietet sich an der Unfallstelle ein schrecklicher Anblick. Sei dir bewusst, schreckliche Dinge geschehen. Du kannst nicht darauf bauen, dass das Leben immer schön ist. Katastrophen passieren, Schreckliches passiert. Das muss dich nicht schrecken. Wenn du weißt, dass du tief im Inneren eins mit dem Göttlichen bist, dass du kosmisches Bewusstsein bist, dann braucht dich weniger zu schrecken. Und wenn du auch weißt, dass du von allem lernen kannst, auch von schrecklichen Geschehnissen aus, und dass auch Leben nicht mit dem physischen Tod zu Ende ist, dann kannst du etwas besser mit schrecklichen Dingen umgehen.